Hallo und herzlich willkommen bei Football Niederrhein. Wir sind hier beim Landesligaspiel zwischen dem SV Mönchengladbach und dem 1. FC Mönchengladbach, somit ein Stadtderby. Für den SV Mönchengladbach geht es nicht mehr um 4, sind es jedoch bereits abgestiegen, aber immerhin geht es hier um Prestige im Derby gegen den 1. FC, für den es noch um den Aufstieg geht. Mit einem 3er wird man ganz, ganz nah an den Spitzenreiter VfL Fischer heranrücken. Viel Spaß! Das ist gut! Jawohl, richtig so. Jawohl! 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 Ach, scheiße! Eckart! Goрокрок Frederica! destructive Untertitelung des ZDF, 2020